Hallöchen zusammen und ja, was soll ich sagen, willkommen zu einem etwas ungewöhnlicheren Video, beziehungsweise vor allem ungewöhnlicheren Start von einem Video, aber auch allgemein einem ungewöhnlichen Video. Ja, und zwar ist das hier quasi, ich nenne es einfach mal, ein neues Projekt, beziehungsweise auch ein neues Format auf diesem wunderschönen Kanal und vielleicht wird es den einen oder anderen absolut nicht interessieren, vielleicht aber den einen oder anderen schon, vor allem wenn Leute vielleicht eventuell mich persönlicher oder meine Meinung persönlicher oder auch mal Themen, die vielleicht kein wirklich spezielles Extra-Video bekommen könnten, vielleicht interessiert. Ja, und dieses Projekt werde ich wahrscheinlich, oder dieses Format werde ich wahrscheinlich Couchcast nennen, denn das Ding hier wird quasi wie ein Podcast. Ich gehe auch gleich mal kurz darauf ein, warum dieses Video jetzt kommt und vor allem warum dieses Wochenende auch wieder nur ein Video kommt. Und dazu gibt es auch eine, beziehungsweise zwei Erklärungen. Die eine ist ganz lustig und die andere ist, ja, was heißt, es ist halt eine normale Erklärung. Ja, nee, aber kurz mal, um darauf einzugehen, das wird hier, wie gesagt, ein Podcast. Also heißt, es wird hier weder Bildmaterial geben, wirklich vernünftig, es wird nur hier meine wunderschöne Stimme, ihr hört es auch anders, was heißt, ihr hört es anders, ihr hört es, es ist eine andere Stimme, beziehungsweise ich habe halt nicht mein Ansteck-Mikrofon, das ist halt mein Mikrofon an meinem PC. Dementsprechend hört ich das ganz auch ein bisschen besser an. Ich werde auch jetzt direkt schon sagen, es könnte vielleicht ein paar Pausen oder sehr, sehr viel kommen, denn ich werde das Ganze hier auch so weit es geht ungeschnitten lassen, denn ich möchte hier so real, wie es geht, drin lassen. Soll jetzt nicht bedeuten, meine anderen Videos sind Fake oder so, aber ich schneide halt schon mal so Denkpausen logischerweise raus und auch einfach mal Pausen, wo ich, keine Ahnung, irgendwie einen Satzbau überlege oder wenn ich mich 20 Mal verhaspelt habe, aber hier, das hier wird ja sowieso mehr so Freestyle und weniger geskriptet wie zum Beispiel die anderen, da gehe ich ja meistens nach einer Liste. Ja, wie gesagt, Couchcast, Podcast ist überall halt verschiedene. Themen, weiterhin natürlich bezogen auf Filmen, Serien und der weiteren natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr auf mich persönlich bezogen, halt Sachen, die ich vielleicht, wie gesagt, in Videos nicht unbedingt verpacken kann oder will. Der jetzt erstmal direkt zu den Gründen, oder nee, das ist mit den Gründen, packe ich erstmal hin dran. Erstmal möchte ich sagen, es kann sein, dass das jetzt hier vielleicht, keine Ahnung, alle fünf Monate ein Video so in der Richtung kommt. Vielleicht kann es auch sein, dass es mal öfter hintereinander kommt. Das werde ich quasi spontan entscheiden. Denn wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, das wird hier auf dem Kanal sehr zwiegespalten sein, denke ich. Weil man muss auch sagen, obwohl das kann ich auf dem Kanal tatsächlich gar nicht mal so genau, weiß ich gar nicht, das werde ich sehen. Also ich glaube, dass so Podcasts in dieser Richtung auf dem Kanal, wie dieses Thema, was ich hier halt habe, vielleicht gar nicht mal so unbedingt gut ankommen. Wir haben jetzt nur als Beispiel einen Gaming-Kanal, den ich ja zusammen mit einem Kumpel für Noobs am Limit, vielleicht sind ja auch ein paar Leute von damals hier rübergekommen. Checkt den gerne mal aus, wie gesagt, wenn ihr mich gamen sehen wollt. Gerne mal auschecken. Aber da zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass da zum Beispiel Podcasts gar nicht ankommen würden, weil die Leute halt da wirklich eher Gameplay sehen wollen und vielleicht gar nicht so viel Geschwafel von uns. Das wird wahrscheinlich irgendwie 50-50 sein. Nee, und es kann halt auch mal sein, vielleicht werde ich mir irgendwann mal ein paar Leute hier ans Boot holen. Keine Ahnung, ob ich jetzt jemanden hier über YouTube direkt mal finde, der Bock hat, mit mir mal eine Runde zu schwätzen, über welches Thema auch immer. Vielleicht auch, wie gesagt, hier ein Kumpel von dem Gaming-Kanal, Lorenz. Der guckt ja auch sehr viele Serien und Filme. Vor allem sehr viel The Walking Dead. Das heißt, mit dem könnte ich tatsächlich auch mal hier stundenlang wahrscheinlich über The Walking Dead philosophieren. Oder in diese Richtung. Und ja, genau, jetzt einmal zu den Gründen, warum dieses Video kommt. Und wie gesagt, es kann halt sein, dass das Video... Ich will mich auch zeitig gar nicht festlegen. Es kann sein, dass es eine in Anführungsstrichen Podcast-Folge ist, die vielleicht nur 30 Minuten geht. Also in Anführungsstrichen 30. Es kann aber auch sein, dass es einfach vielleicht, ich mich hier eine Stunde hinsetze und einfach nur mein Gehirn entleere. Und versteinigt mich nicht, wenn ihr eventuell im Hintergrund manchmal irgendwelche klicken, klacken oder auch gerne mal sowas hier. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Sowas quietschen hören. Oder das hier. Dieses Knacken. Das ist gerne, wenn ich mich mit meinem Stuhl zurücklehne. Vielleicht mache ich das auch einfach mal, dass ich mich ein bisschen gechillter hinsetze und einfach labere. Aber wie gesagt, es wird hier ja mehr oder weniger sowieso nur gelabert von mir sein. Was auch ungewöhnlich ist. Vor allem alleine. Mache ich es halt nicht so oft. Vor allem jetzt nicht für Videos. Das ist ja immer, wie gesagt, meistens halt ein Skript. Ungefähr runterrattern. Was in welcher Reihenfolge ich sagen möchte, lege ich mir auch meistens so zurecht. Ja. Nee. Aber jetzt einmal zu den Gründen. Dafür setze ich mich mal kurz wieder nach vorne. Richte mich mal auf. Also, Grund Nummer 1 ist die Tatsache, dass ich die letzte Woche nicht so viel Zeit hatte. Denn ich hatte privat mehr oder weniger ein bisschen Stress. Und zwar, mein Auto hat ein bisschen Problemchen gemacht. Ist schon ein bisschen länger. Und da habe ich jetzt letzte Woche sehr viel mich drum kümmern müssen. Ich sehe gerade, es ist 0 Uhr. Fun Fact, weil ich sehe gerade mein Bildschirm. Ich habe hier so ein Blaulichtfilter an meinem Bildschirm. Tatsächlich seit kurzem. Und der ist gerade kurz hell geworden, weil mein Blaulichtfilter nur von 0 bis 0 geht. Und dann ist das immer so eine Minute. Ach, keine Ahnung. Anderes Thema. Könnte auch passieren, dass ich ab und zu komplett abschweife. Nimm es mir bitte nicht übel. Auf jeden Fall, mein Auto hat ein bisschen Problemchen gemacht. Das musste ich mit meinem Dad abschleppen. In die Werkstatt packen. Und ja, es hat sich jetzt leider herausgestellt, dass da ein bisschen mehr kaputt ist, als ich unbedingt an Geld investieren möchte. Da war jetzt die Woche ein bisschen sehr viel Stress. In Hinsicht auf, wie verbleibe ich jetzt. Wann fängt, ich arbeite mit meinem Dad. Wir arbeiten in der selben Firma. Heißt jetzt, ich bin nicht so unbedingt auf ein Auto angewiesen. Aber für mich stand dieses Jahr tatsächlich halt im Raum entweder jetzt ein neues Auto, weil das jetzt ja kaputt ist. Oder ich setze mich dieses Jahr mal an den Motorradführerschein. Den großen, den A1, also A2 begrenzt. Also nicht den ganz offenen. Für die, die sich mit Motorrädern auskennen. Und mir halt auch ein Motorrad holen, weil ich damals 125er Führerschein hatte und ich übelst Spaß daran hatte. Und seitdem leider nicht mehr dazu gekommen bin, mir den Führerschein zu machen oder das mir eins zu leisten. Weil ich halt auch einfach nicht so unbedingt der Beste im Geldsparen bin. Aber ein bisschen habe ich jetzt zur Seite gelegt. Und das war jetzt die Frage. Stand im Raum. Habe mich jetzt darauf geeinigt. Ich teile mir mit meinem Dad jetzt quasi ein Auto. Ist, denke ich, für mich am günstigsten am Ende des Tages. Und für ihn wird es ja auch ein bisschen günstiger, wenn man sich so Spritversicherungskosten und so teilen kann. Deswegen hatte ich die Woche sehr, sehr wenig Zeit, was aufzunehmen. Beziehungsweise was auch zu planen. Okay, es gibt sogar drei Gründe, fällt mir gerade auf. Der eine ist aber tatsächlich ein bisschen länger. Der könnte sich auch ein bisschen ziehen. Da könnt ihr mir auch vielleicht echt gerne weiterhelfen an die Leute, die das Video wirklich komplett sehen. Übrigens, ich bin es auch keinem übel, wer es auf doppelter Geschwindigkeit oder so guckt. Kann ich absolut verstehen. Aber wie gesagt, erstmal, ich bin sowieso gespannt. Vielleicht bekommt das Video hier quasi gar keine Aufrufe. Dann ist es so. Ich mache jetzt auf dem Kanal, ähnlich wie auf dem Gaming-Kanal, werde ich das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich jetzt Bock habe, mich hier eine Stunde hinzusetzen und zu labern und das vielleicht am Ende des Tages nur 10, 20 Leute sich angucken wirklich, dann ist es halt so. Aber dann bedanke ich mich bei diesen 10, 20 Leuten auf jeden Fall sehr dafür. So, kommen wir aber zu dem zweiten Grund erstmal. Und zwar, das ist der eigentliche und dumme Grund. Und ich habe eine Wette verloren, mehr oder weniger. Und ihr kennt mich aus den Videos. Ich habe ja meinen möchtegern halbherzigen Bartwuchs. Und in der Wette habe ich tatsächlich so verloren, dass ich mich komplett mal rasieren musste. Also meinen Bart abrasieren musste. Und dementsprechend sehe ich gerade aus wie 12. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich habe jetzt nicht so das größte Selbstbewusstsein, aber jetzt auch nicht das Kaputteste, würde ich mal sagen. Also ist schon okay, komme ich mit klar. Aber ich bin ehrlich, ich habe so keinen Bock, mich vor die Kamera zu setzen. Und das ist mitunter der größte Grund. Aber auch gleichzeitig, weil ich einfach Bock auf so ein Format hatte. Aber wie gesagt, ich sehe halt aus wie 12, ich sehe aus wie ein fucking Nacktmull oder so. Keine Ahnung. Also ich werde das nie wieder machen. Ich werde um kein Geld der Welt mehr meinen Bart abrasieren, falls er überhaupt wiederkommt. Das ist sowieso noch das andere Thema. Wächst der überhaupt noch nach? Ja, gut, für den einen oder anderen, ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, hey, bist du bescheuert? Mach halt die Videos. Juckt mich doch nicht, ob du da mit Bart oder ohne Bart sitzt. Ja, verstehe ich. Aber ich weiß nicht. Man muss sich auch irgendwie ein bisschen wohlfühlen in seinem Leben. Das war mehr oder weniger mitunter der Hauptgrund, würde ich es jetzt vielleicht einfach sogar nennen. Aber der andere Grund ist tatsächlich folgender. Ich habe momentan, finde ich, oder habe, was heißt finde ich? Ich habe momentan, übrigens wundert euch nicht, wenn ihr manchmal ein Auto durch die Gegend fahren hört, ich habe hier das Fenster offen, weil sie in meinem Zimmer ungefähr 75 Grad sind. Geschätzt natürlich. Und zwar folgendes. Ich habe momentan einen kleinen Stau in meinem Kopf, was die Couchtime-Videos angeht. Ich muss sagen, ich habe hier gerade mehr oder weniger auch nebenbei den Kanal offen. Und ich muss sagen, sowohl das Five Nights at Freddy's als auch das The Walking Dead, Dead City Video, wo ich mich auch erstmal bedanken will. Das hat auch wieder ordentlich Aufruf und ordentlich Daumen hoch sehe ich gerade. What the fuck? Danke dafür. Und auch ordentlich viele Kommentare bekommen. Also das liebe ich hier auf diesem Kanal wirklich wie die Pest. Ich, ja, ich liebe es einfach. Aber diese zwei Trailer, beziehungsweise diese zwei Ankündigungen, die kam mir damals, oder bis jetzt damals zum Zeitpunkt der Aufnahme davon, sehr gerecht. Denn ich muss sagen, ich habe zwar sehr, sehr viele Video-Ideen. Also ich kann mich damit auch quasi zuschmeißen. Vor allem auch mit dem Projekt, dem Character-Clash-Turnier. Das wird auch weiterhin kommen, keine Sorge, das werde ich auf jeden Fall noch zu Ende machen. Aber das Character-Clash-Turnier ist auch nochmal so ein anderes Ding. Da fühle ich mich nochmal immer so ein bisschen kreativer ausgibt, weil ich halt einfach mich hinsetzen kann und sagen kann, so, wir lassen jetzt den und den Charakter gegeneinander ankämpfen. Und am Ende des Tages entscheide ja schon irgendwo ich, was ich für Challenges nehme. Und dementsprechend gewinnt halt der Charakter halt da drin. Vor allem dieses 1 vs. 1 am Ende kann man sich halt gedanklich so ein bisschen ausleben. Ich finde es immer schade, ich kriege es in den Videos nie so rüber, wie ich es mir halt in meinem Kopf vorstelle. Wenn ich jetzt irgendwie krass animieren könnte, würde ich es wahrscheinlich noch machen. Aber ich denke, ich werde auch mal, wenn wir jetzt in die nächste Runde demnächst ja kommen, werde ich vielleicht das Battle auch ein bisschen, vielleicht in die Richtung Roleplay-mäßig aufbauen. Also nicht sagen, ja, wir haben dann 1 vs. 1 und dann kämpfen die mit Messer. Und ja, da derjenige ein guter Messerkämpfer ist, gewinnt der. Sondern er wird mich halt vielleicht mal wirklich da auch effektiv hinsetzen und sagen, ja, so hier von wegen, ja, ne, also der und der versteckt sich hinter dem Baum. Da er sehr gut Pferden lesen kann, begibt er sich auf die Suche. Hinterhälte werden geplant. Also ein bisschen ausgebauter quasi. Dass er sich ihm quasi für Leute, die es vielleicht jetzt wirklich nur hören, mehr oder weniger sagen können, okay, ich konnte mir das gut vorstellen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, halt, wie Hörspiel-mäßig, ja, Hörspiel ist auch falsch gesagt. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, ich bin mir gerade, ich kann es echt scheiße erklären gerade. Aber abseits davon, wie gesagt, ich habe Ideen, Ideen sind da und ihr gebt ja auch immer wieder Vorschläge. Ich sehe gerade, wenn ich hätte, können wir mal irgendein Dokument löschen, was ich gar nicht mehr brauche. So, ähm, nur mal als kleines Beispiel, was immer noch ansteht, ist, ich muss auch dran denken, ins Mikrofon zu sprechen, das The Walking Dead Staffel Rank steht immer noch an, ähm, das, das, äh, alle möglichen Charakter-Clash-Videos, die jetzt nichts mit dem Turnier zu tun, ich habe hier zum Beispiel Rick vs. Deacon, äh, das ist ja, hier, Deacon ist ja von, äh, wie heißt das Spiel nochmal, äh, wie, wie heißt das nochmal, äh, wie heißt das nochmal, äh, wie, das mit dem Motorrad, wie heißt das nochmal, bin ich gerade bescheuert, okay, das ist immer gut, äh, ich komme gleich drauf, äh, Zombie-Motorrad-Spiel, wie heißt das nochmal, bin ich dumm, Days Gone, what the fuck, das ist ja Deacon, da hat einer mal vor längerer Zeit schon ewig lang hergeschrieben, hier machen wir Rick vs. Deacon, fand ich super coole Idee, das Spiel habe ich jetzt nicht so aktiv gespielt, habe mir aber ein paar Let's Plays und so dazu angeguckt, ähm, dementsprechend werde ich das auch in Angriff nehmen, aber, äh, worauf ich hinaus will, ich habe auch unfassbar viele Was-wäre-wenn-Ideen, aber, und jetzt kommt es zu dem Punkt, der, äh, mich ein bisschen nervt, vielleicht jetzt auch einige von euch, auch vielleicht jetzt nicht stören, aber halt ein bisschen traurig machen wir in Anführungsstrichen, momentan, ich habe schon Bock auf The Walking Dead-Videos, weil, äh, das macht mir halt auch dem, äh, immens Spaß weiterhin, ähm, aber vor allem auch bezüglich des, äh, Staffel-Ranks, ich komme momentan nicht dazu, diese Serie weiterzugucken, das regt mich auf, ich bin jedes Mal wieder dran, ich habe hier und da vielleicht mal ein bisschen Zeitprobleme, ist ja, äh, ne, klar, Arbeit, äh, Ausbildung, Schule, bla, 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 äh, aber es ist jetzt auch schon oft passiert, dass ich dann hier saß und mir gedacht habe, okay, ich könnte mal weitergucken, wo man einfach gar keinen Bock hatte, Serie zu gucken, kennt vielleicht auch der einen oder andere, und vor allem bei sowas wie den, äh, was wäre wenn, ich kann jetzt mal eins als Beispiel, äh, nennen, weil das wurde auch in den Kommentaren vorgeschrieben, was wäre wenn Rick die Brücke nicht in die Luft ge-, habe ich eigentlich hingeschrieben, gesprengt hätte wahrscheinlich, ne, ja, gesprengt hätte, äh, ist eine übelst geile Idee, habe ich auch, äh, mich schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, aber, und jetzt kommt es zu dem Punkt, ich fühle es irgendwie noch nicht so richtig, und ich will die Videos ja auch nicht einfach so schnell hinter mich werfen, so einfach über die Schulter, sondern ich will mich ja wirklich da hinsetzen und mit Freude und vor allem auch mit Intention dahinter und auch mit, wirklich mir da Gedanken drüber machen, so, was würde sich wirklich alles, äh, was hätte jetzt wirklich effektive Auswirkungen, möchte ich ja dadurch auch in die Videos, äh, verpacken, und das, wenn ich da jetzt halt nicht 100% gerade Bock auf genau dieses Video habe, dann werde ich das halt, oder würde ich das vielleicht nur so halbherzig machen, worauf ich gar keinen Bock habe, also hier auf dem Kanal möchte ich nichts halbherziges, ich kann ganz ehrlich sagen, es gab zwei, drei Videos, da habe ich dann selber während dem Aufnehmen plus während dem Schnitt gemerkt, okay, hier war das mehr so ein, okay, ich muss das Video jetzt machen, weil das jetzt Teil, als Beispiel Teil einer Serie ist, die ich jetzt auf dem Kanal habe, ähm, es gab, wie gesagt, Videos, wo ich da saß und dachte, okay, nee, das ist wirklich kein gutes Video geworden, einfach, weil ich es, ähm, vielleicht halt gar nicht 100%ig in dem Moment halt gefühlt habe, ach, es ist schwer zu erklären, vielleicht wird es die eine oder andere, wie gesagt, verstehen, äh, ich bin gerade am gucken, welches das zum Beispiel sein könnte, ähm, nee, also, als Beispiel, so funktioniert der Virus in The Walking Dead, das ist eines der Videos, was gute Aufrufe hat, das hat mittlerweile, ich kann es ja öffentlich einfach sagen, 511 Aufrufe, mit meinen Antworten natürlich 5-Wertig-Kommentare und 57 Daumen nach oben, zwei Daumen nach unten, gut, Grüße gehen raus an die Hater, nein, Spaß, Daumen nach unten, nee, habe ich noch nie als Hate verstanden, ab einer gewissen Größe vielleicht schon, aber es ist ja auch einfach so, die Leute sagen einfach, okay, das hat mir jetzt nicht gefallen, war jetzt nicht mein Video, so, ist ja auch vollkommen okay, keine Frage, das war zum Beispiel ein Video, da habe ich mich richtig hintergehängt, da habe ich mich hingesetzt, habe mich, äh, wirklich komplett im Internet recherchiert, informiert, geguckt, okay, wie könnte das sein, mir nochmal Folgen angeguckt, mir nochmal Szenen angeguckt, wo man was rausfinden konnte, und das, glaube ich, merkt man auch, oder hoffe ich, merkt man auch im Video, aber wie gesagt, dann gibt es halt so manche Videos, zum Beispiel, das ist auch eins, was super schlecht angekommen ist, The Flash mit Michael Keaton, äh, Trailer News, das hat 66 Aufrufe, 15 Kommentare und 10 Daumen nach oben, da war ja der neue Flash-Trailer, plus es war bestätigt, dass wir Michael Keaton, war der jetzt in Flash oder hat er seinen eigenen Film bekommen, ich weiß nicht, auf jeden Fall Michael Keaton kommt ja als Batman in irgendeinem Film zurück, ich glaube, es war bei Flash tatsächlich sogar, so, und das kam raus, und ich dachte, geil, ich freue mich auf den Film, und ich freue mich auf den Trailer, gut, Michael Keaton als Batman muss man jetzt nicht haben, aber ist halt ganz cool, ist so ein OG-Batman, habe das Video gemacht, aber habe auch während dem Schnitt schon gemerkt, okay, das ist halt so ein Trailer-News-Video, wo ich dann da sitze und halt einfach das sage, was halt auch am Ende des Tages jeder weiß, deswegen finde ich diese Trailer-News-Videos auch immer sehr, sehr, äh, schwierig, beziehungsweise, ähm, die können halt, also es gibt halt Leute, die interessiert es vielleicht einfach gar nicht, oh, ich sehe gerade schon ein Urheberrecht irgendwo, ein Problem bei dem FNAF-Video, toll, Urheberrecht wurde da, rumgeheule, ich kotze ja gleich, da bin ich gleich gespannt, also wahrscheinlich der Trailer, den ich eingeblendet habe, perfekt, ähm, wow, anderes Thema kurz, ähm, ne, aber ich denke, ihr versteht ja, dass es einfach halt so Sachen gibt, wo man sich gerade nicht in diesem Mut fühlt, einfach in dieser, äh, diesem Gefühl zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und rede jetzt 15, 20, 25 Minuten über dieses Thema, so, dass die Leute aber auch vielleicht einfach denken, okay, der hat gerade richtig Bock, darüber zu reden und nicht so, ah ja, der liest da gerade einfach irgendwelche Fakten ab, auch zum Beispiel das Thema mit, äh, die Zombies in the Walking Dead sind langweilig, war das der Titel? Diese Zombies sind einfach langweilig, genau, hat auch 672 Daumen, äh, 672 Aufrufe, 56 Daumen nach oben, 26 Kommentare und das war auch so ein Video, das lag mir einfach auf dem Herzen, das lag mir auf dem Herzen, weil ich, dass ich in so einem Moment war und ich dachte, alter, eigentlich, was ist mit den Zombies in the Walking Dead? Die sind halt übel lame, wenn man sich andere anguckt und dementsprechend kam mal dieses Video zustande, hab mich da hingesetzt, hab mir ein paar andere Zombies rausgesucht, hab geguckt, okay, das und das haben die besser und das haben die und die vielleicht schlechter und hatte halt Bock drauf, so und ich, wie gesagt, ich hab natürlich Bock auf die Videos, ist keine Frage, aber es gibt halt so manche Sachen, wo ich mich halt auch wirklich erst da hinsetzen muss und sagen muss, okay, jetzt setze ich mich hin, recherchiere dafür, schreibe ein Skript, kleines Skript natürlich, und setze mich dann da hin und rede halt auch darüber. Dazu kann ich auch sagen, in den meisten Fällen, ich schreibe mir so ein Skript in Anführungsstrichen sehr, sehr oberflächlich, da kommt er meistens halt so stichpunktmäßig rein, was ich sagen will und darum spinne ich halt dann einfach meinen eigenen Gedanken, Salat und ich hab halt, wenn ich jetzt in meiner Ideen-Tabelle gucke, hab ich jetzt ungefähr, boah, keine Ahnung, locker zehn Punkte, mit was wäre, wenn's, in The Walking Dead vor allem, wo ich sagen muss, so drei, vier davon sind wirklich, wo ich sagen muss, mh, oh, das kann ich mal raus, wo ich sagen muss, mh, die sind nicht so geil, die Ideen, aber irgendwie auch schon interessant, aber wo ich halt einfach gerade keinen Bock drauf hab, äh, ich suche gerade eins raus, was ich jetzt beispielsweise mal nennen kann, äh, ähm, pfff, schwierig, sowas wie, was wäre, wenn Judith statt Karl gestorben wäre, ist eine interessante Idee, wobei ich sagen muss, es wäre wahrscheinlich interessanter, wenn wir jetzt uns auf die Comics beziehen würden, bezüglich da, Karl ja da wirklich effektiv lang am Leben ist noch, ähm, aber muss halt auch sagen, aus dem einen Grund auch nicht so, interessant, weil Judith halt jetzt, wenn wir die Zeit nehmen, in der Judith und Karl, also wo Karl gestorben ist, wie alt Judith war, da ist halt, ich weiß nicht, da wird sich wahrscheinlich in dem Moment nicht so viel verändern, alles das, was Judith machen würde, würde wahrscheinlich Karl dann übernehmen, ob es jetzt die Magnas Truppe ist, die sie am retten ist, ähm, selbst der, die, äh, der Kontakt mit Negan wäre ungefähr ähnlich, wahrscheinlich, ähm, aber das wäre also ein Video, wo ich auf jeden Fall mich erstmal reinsetzen müsste und wirklich mal effektiv gucken müsste, okay, was hat Judith alles gemacht, aber am, am Ende des Tages ist halt Judith mehr oder weniger Karl, so, es ist irgendwie halt schon, Judith lebt halt Karls, äh, Traum, würde ich jetzt einfach mal, kann man das so nennen, Traum, äh, halt das, so wie, wie er lebt, so hat, oder so liebt sie halt auch, so mit dem gleichen, ähm, Mindset, mit dem gleichen, äh, wie viel gerade das Wort, ja, Vorstellungen, ne, hier, äh, fuck, wie heißt das Wort, Scheiße, ähm, Werten, mit den gleichen Werten und so, ist ja Judith ähnlich mit Karl, das heißt, so ein Video, da muss ich mich echt dann erst mal hinterhängen und denken, okay, was könnte jetzt auch effektiv wirklich Interessantes passieren, oder anders passieren, äh, wenn Karl am Leben werden würde, obwohl ich dazu auch schon mehr oder weniger, äh, kleines Video gemacht habe, das war ja das mit, äh, Sophia, wenn die überlebt hätte, was dann mit Karl passiert wäre und so, glaube ich, war es das, ja, so in die Richtung, ähm, und das wird halt aus Karl werden und Judith wäre halt einfach nicht da, aber so viel hat sie jetzt auch effektiv in der Serie noch nicht gemacht, ne, das ist sowas, da muss man halt rauskristallisieren, was mir am Ende ja auch Spaß macht, das ist ja gerade das, was mir so enorm Spaß an Videos macht, dieses Hinsetzen, Recherchieren, Gucken, okay, das ist der Punkt, der wirklich einen Knackpunkt in der Geschichte, in der Geschichte abgeben muss, nur als Beispiel, ich gehe mal, ich mache jetzt hier quasi mehr oder weniger Art von diesem Video, aber auch nicht ganz, ich finde zum Beispiel, Judith ist ja nicht mit Michonne mitgegangen, um ihren Vater zu suchen, also um Rick zu suchen, ist ja auch irgendwie klar, sie ist noch sehr, sehr jung, sagt RJ da und Michonne wollte das ja auch nicht, jetzt mal so rumgedreht, dass, äh, Judith am Leben, äh, tot wäre und Karl am Leben wäre, ich glaube, Karl wäre mit Michonne mitgegangen, bedeutet, es gäbe zwei, drei Momente, die gar nicht so entstehen würden, mit Judith und Negan zum Beispiel am Ende auch, das sind halt so, so kleine Punkte, aber das hat auch nichts so Großes und das sind halt, wie ich sage, da muss ich mich halt hinsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade auch Bock, über dieses Thema zu reden, über genau dieses Thema, weil diese, was wäre, wenn es sich ja immer sehr spezifisch, eins war jetzt auch zum Beispiel, was wäre, wenn der Governor nicht gestorben wäre und das habe ich jetzt in so vielen Videos schon so leicht angeknackst, das Thema, eigentlich brauche ich dafür kein eigenes Video mehr, aber dann gibt es halt auch so viele kleine Punkte, die halt doch noch interessant wären zu wissen. So, ich muss jetzt kurz mal einen Schluck trinken, äh, was mache ich jetzt hier, äh, ja, ich kann ja nichts einblenden oder so, ich trinke einfach gerade schnell. Ah, ASMR, Alter, perfekt, jetzt kann ich dir noch ein neues Wasser einschütten. Ähm, nee, und das ist halt momentan so ein bisschen mein Problem, die ganzen Ideen, die ich habe, ich muss mich mal kurz ein bisschen wegdrehen, ich versuche trotzdem weiterzureden, die ganzen Ideen, die ich habe, sind gut und ich habe auch Bock auf die Ideen, aber halt auf manche, gerade halt nicht, äh, und dann, ja, will ich mich halt auch nicht dazu zwingen, ist ja irgendwo verständlich. Ich bin gleich fertig mit einschütten, keine Sorge, so, äh, wie gesagt, ist ja auch verständlich, ich will ja mich hier für nichts zwingen und ich denke, wie gesagt, das würde ja in den Videos eh auch auffallen. Ähm, dem, uh, gut, ich habe ja zu, dementsprechend, äh, habe ich hier und da tatsächlich so eine kleine Blockade, dass ich nicht weiß, was genau ich jetzt für ein Video machen will. Und ich denke, da kam mir jetzt das Five Nights at Freddy's Ding ziemlich ge, äh, gelegen, weil ich da auf jeden Fall momentan richtig Bock drauf habe, da ein bisschen die Lore abzuklappern, was aber auch wirklich sehr, sehr viel Recherche, ich denke, ich werde es nicht komplett ausführlich machen, ich denke, da werde ich so einen runtergebrochen, die Lore erklären und dann halt auf ein paar Sachen aus dem Trailer eingehen. Ähm, aber auch jetzt zum Beispiel mit Dead City, äh, danach, äh, Summit, also dem Rick und Michonne und halt der Daryl Dixon Serie. Wie gesagt, spätestens wenn Dead City anfängt, habe ich halt definitiv wieder Videos, die ich machen kann, mit richtig, richtig viel Dampf dahinter, zu jeder Folge halt von Dead City. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist halt momentan ein bisschen so mein Problem, dass ich so, Ideen habe, aber mich gerade in diesem Moment nicht dazu fühle, diese Ideen auch umzusetzen. Äh, ja, das ist momentan so ein bisschen das Problem und auch der Grund, warum jetzt, wie gesagt, zum Beispiel kein zweites Video dieses Wochenende gekommen ist. Am Ende des Tages, äh, denke ich, werdet ihr, wenn ihr jetzt, statt jetzt den Punkt noch guckt, hallo, ne, erst mal seid gegrüßt, danke, dass ihr noch so lange dran wart bis jetzt. Ähm, ich denke mal, ihr werdet mich jetzt dafür nicht, keine Ahnung, hassen und ich denke, viele von euch werden es wahrscheinlich auch verstehen und sagen, hier, komm, ist absolut verständlich, wenn du dich gerade, also besser ein Video mit 100% Herz dahinter, als so ein Video, aber hauptsache ein Video, ne, also besser Qualität als Quantität, ne, ist ja, kennt man ja. Moment mal, äh, jo, geht wieder. Ähm, aber ich wollte es jetzt einfach gesagt haben, hätte ich vielleicht ein kürzeres Video auch mal erklären sollen, weil jetzt ist halt hier dieses lange Video und ich weiß halt nicht, ob sich das die Leute angucken und dann werden sich manchmal trotzdem fragen, hey, warum kommen keine Videos? Und dann sage ich, ja, das habe ich in dem Video gesagt, aber ja, das war halt sehr lang. Ne, verständlich. Wie ist also auch nicht schlimm, wenn die Leute das Video jetzt nicht gucken wollen, was heißt, wie wir den Podcast jetzt nicht anhören wollen, ist hier einfach wirklich nur anhören Podcast. Gottes Willen, kein Problem, auch wenn ihr schon längst abgeschaltet habt, ähm, oder wenn ihr auch gleich abschaltet, weil der euch zu lang wird, kein Problem, also fühlt euch da jetzt nicht gezwungen, um Gottes Willen. Wenn ihr Bock auf das habt, dann ja, und wenn nicht, dann halt nicht, ne, so heißt das halt also, ne, ist halt so. Ähm, ja, so das waren jetzt erstmal zum einen die Punkte, die halt, der Grund, wieso dieses Wochenende, wie gesagt, nur eins kommt. Beim nächsten Wochenende kann ich es jetzt auch noch nicht hundertprozentig versprechen. Ich habe zwar jetzt zwei Wochen Urlaub, aber zum einen hätten wir da einmal mein Badproblem. Was heißt Problem? Es ist einfach für mich nur eine Überwindung wahrscheinlich. Und zum anderen muss ich jetzt auf jeden Fall in dieser Woche erstmal gucken, was für Videos ich denn abgedreht bekomme. Vielleicht mache ich auch ein Video, und zwar, das wäre dann wahrscheinlich erstmal wieder ein, ähm, Charakter-Clash-Turnier-Video. Und vielleicht nochmal einen kleinen Podcast. Mal gucken. Ich würde es, wie gesagt, spontan entscheiden. Äh, ja. Aber dann möchte ich auch noch ein anderes Thema ankratzen, weil ich das, finde, nicht unbedingt auch für den Kanal ein eigenes Video bekommen sollte. Vielleicht werde ich zu diesem einen Thema, was ich jetzt gleich anschneide, ein Video mal machen. Aber mehr auch nicht. Und zwar geht es, will ich mal ganz grob das Thema anschneiden, dass Filme zum einen momentan leider, also Filme, die eine Serie bilden, MCU und so einen Scheiß halt jetzt, momentan leider einfach wirklich nachlassen. Und vor allem das Ausschlachten von vielen Filmen momentan echt krass ist. Und da ist für mich momentan das größte Beispiel Fast and Furious 10. Ist es 10? Ist es 10, ne? Ja, es ist 10. Nein, der ist ja draußen oder kommt jetzt oder ist draußen. Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Klotz mal kurz nach. Fast X ist draußen, richtig. Äh, wenn ich hier die Bewertung gucke, das spricht halt wirklich schon Bände. So Kino.de 3,5 von 5, Film Starts 3,3 von 5. Dieser Film gefühlt 90% der Nutzer. Auf Google. Na gut, Google, ne? Ja, äh, und zwar Brie Larson spielt da mit. What the fuck? Okay, das, äh, warum zum Bummspiel, Brie Larson? Egal. So, genau. Das ist für mich momentan ein sehr großes Thema, weil ein Kumpel mich gefragt hat, hier, hast du Bock, dir den neuen Fast-Film im Kino anzugucken? Ich habe gesagt, ja, prinzipiell schon, Komma, aber. Und zwar, ich sage es wie gesagt, ich liebe die Fast and Furious-Filme. Ich liebe aber hauptsächlich bis Teil 5 heißt. Eins, also, The Fast and the Furious. Zwei, Too Fast, Too Furious. Dann Tokyo Drift. Fast and Furious. Ne, die erste, die Fast and the Furious. Dann kam The Fast and the Furious. Und fünf, halt, Fast Five. War ja in Brasilien, wo es erst mal The Rock dabei war. Und, und, und. So. Das sind auf jeden Fall die fünf Filme, die ich liebe. Die, äh, sind für mich die Top der Fast and Furious-Filme. Da ist es perfekt. Und danach ging es leider ein bisschen bergab. Man muss jetzt sagen, gut, es hat viel mit dem Tod von Paul Walker zu tun. Das ist klar. Aber man muss jetzt auch sagen, Fast 6, also Fast and Furious 6. Moment, ich muss mal ganz kurz rücken. Ähm, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Nein, das ist fünf. Ich wollte sechs hinschreiben. Genau, Fast and Furious 6 ist auch noch, äh, irgendwo im, im Rahmen. Nehme ich es jetzt einfach mal. Ja, sieben war halt. Also sieben war wirklich so der letzte für mich. Sieben war ja, äh, quasi Abschied, Paul Walker Abschied, ne. Hier auseinanderfahren und, äh, ne, traurig, Musik und Scheiße. Fast and Furious 6 weiß ich grad gar nicht mehr, was da drin passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich will's grad mal kurz nachgucken, was ist hier in Fast and Furious 6 passiert. Hallo? Darf ich mal, bitte, sehen? Hallo? Ähm, ne, aber man muss halt sagen, ach, der war das. Ja, 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 das war der mit dem Flugzeug, genau. Ähm, und dem Panzer. Genau, genau, das war der. Ja, der war auch noch okay. Aber da fing's schon an. Und das ist nämlich der Punkt. Für mich ist Fast and Furious so, dass der erste und Too Fast and Furious und Tokyo Drift waren für mich mit am geilsten. Da waren schnelle Autos, es waren geil, vor allem, jetzt sagen wir mal, erstmal optisch getunte Autos, so dieses typische Matchbox-Auto, so dieses Tuning, tiefer gelegt, Neon-Beleuchtung, das, was man in Need for Speed Underground gemacht hat selber. Das hatte das alles und das hab ich geliebt, das Straßenrennen-Feeling, die, wie gesagt, Neon-Beleuchtung, die, alles, dieses ganze Feeling war einfach nur geil und es ging einfach okay, es waren halt illegale Straßenrennen, das war zum einen der Teil, dann waren aber auch Überfälle, einfach gerade irgendwelche kleinen kriminellen Überfälle, sag ich mal. und all das war super geil, Tokio Drift, genau das Ähnliche, nur da war es halt, wie gesagt, ging es ja glatt, ne, ums Driften, war halt besonders. Too Fast to Furious, auch ähnlich, da war schon eher wieder ein großer Raub, aber auch schön getunte Autos, geile Sachen. Dann halt mit, ähm, 4 fing es dann an, bisschen nachzulassen, weil der war auch schon, ich würde sagen, das ist der schlechteste der Reihe irgendwie, weil da sehr viel auf die Vergangenheit dann eingegangen wurde, ne, hier auch neues Modell, Original-Teile, das war ja quasi wie ein Reboot, Prequel, es wird ja wieder sehr viel zurückgespult, um dann wieder nach vorne zu spulen. Fast and Furious 5 fand ich einfach nur episch, Soundtrack episch, Besetzung episch, wie es gemacht wurde episch, aber, und das muss man jetzt sagen, da fing es an, dass das mit den Autos nicht mehr so ganz, da waren krasse Autos, coole Autos, aber es war halt mehr auf Prax, also praktische Autos, als auf getunt, coole Autos, optisch. Und das fand ich schon schade. Und das hat sich halt die ganze Zeit durchgesetzt. Dann haben wir ein Flugzeug zum Explodieren gebracht, dann einen Panzer geklaut, ein U-Boot geklaut und sind dann am Ende fliegen wir mit einem fucking Auto ins Weltall. Unabhängig erstmal von diesem Realismusfaktor. Klar, in Fast and Furious werden die Gänge 20 mal, also die haben ein 20-Gang-Auto, das ist klar, und es wird auch eher runtergeschaltet als hochgeschaltet während der Fahrt. Ich fand es aber irgendwann einfach wirklich over the top zu viel und es wurde auch einfach nur noch ein Fast-Film gemacht, weil halt die Leute Fast gucken und man halt die Kuh noch weiter melken kann. Ist ja auch irgendwo verständlich, aber für mich haben die echt an Qualität verloren. Dann war jetzt sowas wie Fast 8 oder 9, wo ja dann am Ende nochmal eine Gänsehaut-Szene kam, wo ja das Auto von Brian ja nochmal vorgefahren kam, was für uns alle, für alle Fans so ein Gänsehaut im Moment des Todes war und es zeigt, okay, in der Welt von Fast & Furious lebt dieser Charakter noch. Es ist zwar Paul Walker gestorben, aber dieser Charakter lebt und das ist schön und das macht die Welt von Fast halt nochmal so ein bisschen schöner und glücklicher. Nichtsdestotrotz war es halt sehr abgespaced und wenn ich mir jetzt dann Fast X angucke und dann fand ich es auch schon, ich fand es ja schon komisch bei 9 mit diesem ja Dom ist böse, weil er da und da hier und ach, ich fand das, ich habe das, ich glaube fast 8 und 9 habe ich gar nicht mehr so wirklich aufmerksam zugeguckt, das war schon ein bisschen sehr, sehr abgespaced. Aber jetzt mit 10, wenn ich nur diesen Trailer oder diese Szene gesehen habe, wo Dom mit seinem Sohn, wo ich, ich finde es halt total unnötig, so er, für mich braucht halt Dominic Toretto keinen Sohn, weiß ich nicht, aber wo die da diesen Damm runterfliegen und hinter denen diese Explosion von dem Tanklastern ist und das Feuer quasi immer näher kommt und wir sehen eine Zeitlupen-Szene und Dominic Toretto bewegt sich in der Zeitlupen-Szene so schnell wie The Flash. Also, ob ich jetzt die Szene einblende oder irgendeine Zeitlupen-Szene bei The Flash, ist halt genau das Gleiche und das fand ich einfach wirklich zu lächerlich. Hobbs & Shaw war zum Beispiel auch gut an für sich, aber keine Ahnung, es war halt auch wieder die Lammen einfach nur nochmal schlachten, Lammen nochmal zum Schlachterschicken so nach dem Motto und das fand ich halt ein bisschen schade und das ist halt bei vielen Sachen so. Jetzt gerade Funfact am Rande, ich habe gerade eben mit meinem Dad, also bevor ich das ich aufgenommen habe oder bevor ich das ich einmal aufgenommen bin mit meinem Dad Ant-Man and the Wasp Quantumania, also Ant-Man Quantumania geguckt, weil der jetzt auf Disney Plus ist, by the way, habe ich gar nicht mitbekommen, weiß gar nicht, seit wann und da habe ich auch gemerkt, bei Marvel ist es ja nicht anders so, es werden die Filme werden optisch immer schlechter, das habe ich auch mal schon im Video immer drüber geredet, die werden CGI-technisch immer schlechter, sieht immer mehr nach günstig aus oder nach schnell gemacht aus, die Stories sind relativ flach gehalten und und es ist irgendwie halt, keine Ahnung, es fehlt halt so das Richtige, vielleicht kommt es mit dem neuesten Avenger-Film, wenn der jetzt endlich mal kommt, aber nach Endgame oder ich würde schon fast sagen nach Infinity War hat Marvel sehr stark nachgelassen, hat ein paar gute Sachen, Doctor Strange und Spider-Man Nowhere Home waren für mich top, vor allem Spider-Man Nowhere Home, ist halt einfach für mich alle drei Spider-Mans waren so, meine Kinder ist mein Leben bis jetzt, Spider-Man von Tobey Maguire bin ich als Kind mit aufgewachsen, da habe ich die Szene, wo der grüne Kobold durchlöchert wurde, durfte ich damals noch nicht sehen, weil es halt einfach meine Eltern gesagt haben, ist ein bisschen zu brutal für dich, dann Andrew Garfield Spider-Man, als ich halt jugendlich war in meiner jugendlichen Zeit und halt jetzt mit Tom Holland als, ich sag mal mehr oder weniger Erwachsener, dementsprechend begleitet mich Spider-Man mein ganzes Leben lang, deswegen fand ich den Film so sehr, 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 sehr gut, aber nichtsdestotrotz ist halt Marvel auch einfach jetzt auf dem Trichter, komm, wir schlachten hier alles mögliche aus und Marvel würde halt so simpel funktionieren, wenn sie es halt einfach mal, keine Ahnung, sich Zeit lassen würden, es muss nicht jedes Jahr ein neuer, es ist endlich wie bei Assassin's Creed, es muss nicht jedes Jahr ein neues Spiel, es muss nicht jedes Jahr ein neuer MCU-Film rauskommen oder MCM-Film, was ja mittlerweile ist, weil das einfach mal eine Pause dazwischen, tut halt auch mal gut, bin ich ganz ehrlich und ja, und vor allem sowas wie jetzt mit Quantumania, wir bringen Kang rein, töten den Haupt-Kang oder mehr oder weniger töten den und das mit Ant-Man, Ant-Man ist eigentlich ein lustiger Film-Charakter, der halt seine eigenen kleinen Bösewicht hat, aber noch nicht den großen Bösewicht einführt, den das MCU jetzt demnächst bekommen soll, so das war für mich echt falsch und apropos, dass seine Schurken in einem Film töten, das macht ja MCU beziehungsweise mal wieder sehr, sehr gerne, hab ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, fällt mir jetzt auch halt auch direkt bei Fast, könnte ihre scheiß Charaktere nicht mal totlassen, also so bitte, ich fand's schon ein bisschen komisch, dass Letty wieder zurückkam, war für mich dann okay, Scheiß drauf, ist ja möglich, ist möglich, kann man sagen, ne, dann bringen sie Han zurück, what the fuck, warum, woher, und sie bringen alle Toten, also jeder, der mal tot war, kommt wieder zurück und ich frage mich, warum, klar, das sind dann vielleicht Fanlieblinge und dann Universal ist es ja, Universal, Studios auf jeden Fall, keine Ahnung, wer so Produzent mäßig ist, die denken sich halt gut, wir nehmen uns halt die schönsten oder besten Charaktere, die von den Fans gewollt haben, oder von den Fans gewollt werden und holen sie halt einfach wieder, aber, boah, lass es doch bitte realistisch sein, so, keine Ahnung, immer einen Ball halten irgendwie, mittlerweile kannst du ja in jedem Fast and Furious Film davon ausgehen, dass ein Charakter zum Leben erweckt wird, finde ich halt irgendwie doof, das macht den Tod halt so irrelevant, bin ich immer nicht so der Fan von, wenn jemand stirbt, war bei Kork, bei Thor, Lars und Thunder genau das gleiche, er stirbt, traurig, übel gut, hätte, wäre übelst sad gewesen, hätte einen geilen Rache Feldzug von Thor gebracht, aber nö, ja, Kork lebt doch noch, konnte sich dann doch irgendwie wieder zusammenkleben, ja, das sind halt so Sachen, wo ich immer so denke, ach nö, weißt du, dann muss ich mir auch das Fast and Furious Gedöns nicht mehr antun, dann gucke ich lieber die ersten 5, 6 Teile und bin zufrieden und bin happy und schlafe nachts gut ein, als dass ich mir dann, keine Ahnung, quasi The Walking Dead angucke, weil nur noch Tote irgendwo am rumlaufen sind oder die hätten tot sein sollen, ich denke da können vielleicht die einen oder anderen vielleicht mitfühlen, das war jetzt zum Beispiel so ein Thema, das wollte ich unbedingt mir von der Seele mal quatschen, hätte ich ja so gut mit dem Lorenz machen können, der ist ja auch Fast-Fan, was soll ich sagen, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das ist zum Beispiel was, wo ich kein extra Video für machen wollte, das werde ich vielleicht zu Fast 10 machen, wenn ich mir den angucke, ich finde mal so Review-mäßig, aber mehr wird es dann auch nicht sein, das ist so, fühle ich halt nicht so ganz, fühle ich nicht so ganz, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, ein bisschen gechillter hier hin, ähm, ja, das ist so, was meine Meinung zu Fast 10 Fures ist, aber wie gesagt, allgemein ist es momentan sehr das Problem, dass der Filmmarkt sehr sehr oft von, ähm, Serienfilmen, nenne ich es jetzt mal, also von Filmen, die eine große Serie hinter sich haben, bezogen ist, jetzt das Beispiel mit Scream 6, das ist ja das ähnliche, Guardians of the Galaxy, hab ich by the way noch nicht gesehen, ich weiß nur, anscheinend soll es wirklich sehr sehr dramatisch sein, bezüglich Rocket, was ich interessant finde, weil das eigentlich nicht zu Fast and Furious passt, äh, zu Fast and Furious, zu Guardians passt, das ist irgendwas ganz Besonderes, äh, bin ich sehr gespannt drauf, äh, aber wenn ich jetzt auch sowas, ich gucke hier gerade mal sowas in der letzten Zeit jetzt hier rausgekommen ist, wenn ich jetzt gucke, John Wick Kapitel 4, hab ich noch nicht geguckt, ich weiß, aber es soll sehr sehr gut sein, so, und ich hoffe, dass die jetzt nach John Wick Kapitel 4 aufhören, ist bei Matrix nicht anders gewesen, Matrix 1, 2 und 3 waren super, 1 für mich der beste, äh, 1 und 2 für mich die besten 3 ein bisschen nachgelassen, so, wo jetzt Matrix 4, Resurrection, wie hieß der, Entschuldigung, wo der rauskam, da war ich super gehypt, ich hab mir den Film mit richtiger Freude angeguckt, am Ende war es halt trotzdem kein krasser Film, ähm, ja, und wenn man sich dann so anguckt, was jetzt hier so für Filme kommen, die jetzt außerhalb von so einer Reihe sind, hier Avatar, The Way of War, da war ein super guter Film, hätte aber auch nicht sein müssen, hast halt dann immer mal so ein paar Filme, die halt, die kommen, aber die haben halt jetzt auch nicht so wirklich ihren, kann auch ihren Zweck, also es ist halt einfach so, die kann man sich dann gucken, guckt man sich dann vielleicht einmal an, wenn überhaupt, und dann denkt man sich auch so, ja, gut, hätte jetzt auch nicht sein müssen, das ist so momentan ein sehr krasses Filmproblem, es kommen sehr wenig Filme, die mal zeigen, okay, hier guck mal, man muss nicht, äh, Marvel auf dem Schirm stehen, ups, da hat sich mein PC gerade gemeldet, äh, aktualisieren, leg mir am Arsch, verschiebe ich auch die letzte Zeit, so hin und her, ist unfassbar, ich mach hier kurz mal alles stumm, da in der Hinsicht, damit ihr es nicht nochmal stört, äh, aber es fehlt halt momentan so ein Film, der so aus dem Boden geschossen kommt, wo man sich da hinstellt und sagt, oh mein Gott, der macht allen Konkurrenz, so an, an der Gutheit des Films, nenne ich es mal, Gutheit ist zwar kein Wort, schlagt mich bitte nicht, ähm, ja, das ist das Problem halt momentan, so, jetzt kam ja hier Ariel, die Meerjungfrau, Geschisse da, ähm, so einen Film werde ich mir nicht angucken, und jetzt nicht, wie ihr, oder wie vielleicht viele denken, aus dem Grund, dass es, äh, dass es von der Halle Berry gespielt wird, dementsprechend, eine schwarze Frau, äh, die kleine Meerjungfrau spielt, das ist ein ganz anderes Thema, ich find's auch komisch, ich sag's wie's ist, ich, das ist das Problem, man kann halt in der heutigen Zeit nichts mehr so in der Richtung sagen, ohne dass man von der Hälfte des Internets quasi in der Luft zerrissen wird, ich sag's wie's ist, wär sie jetzt von einer Weißen gespielt worden, würde ich den Film mir jetzt persönlich auch nicht unbedingt angucken, ich verstehe die Leute, die sich ein bisschen darüber aufregen, weil es halt irgendwie die, die Originalvorlage gibt es halt nicht her, und es ist jetzt, das ist halt auch so ein, äh, ausgedachtes Ding, wo man halt jetzt, wo ich dann aber die Leute verstehe, die sagen, hier, es gibt doch keine Vorschriften, so, es steht ja nirgends, wo sie muss weiß sein, sie kann alles sein, verstehe ich die Leute auch so, ich verstehe es, dass man sich darüber aufregt, oder was sich aufregt, dass man sagt, okay, ich hab damit aber ein Problem, ich find's passt einfach nicht, wenn man sagt, es passt einfach nicht, dann ist es gut, dann ist es halt wirklich so, ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, hier, ist doch scheißegal, dann ist da halt, wird's halt von einer schwarzen Frau gespielt, das ist halt so, so, keine Ahnung, ist, keine Ahnung, ich, das, ja, ist halt, ist halt, mehr oder weniger, ist es mir egal, so, ähm, scheiße, ich wollte irgendwas gesagt haben, jetzt hab ich's wieder verdrängt, ähm, das Problem ist, und das ist, ja, ein ganz großes Thema momentan, leider, im Film, dass die Frage sich jetzt stellt, haben sie das jetzt gemacht, weil sie gesagt haben, okay, die Schauspielerin bringt das einfach so gut rüber und passt in diese Rolle oder haben sie es aus Wokeness gemacht, das ist halt die Frage, wo man differenzieren muss, da bin ich dann auch kein Fan von, wenn man irgendwo einen, äh, eine, ich sag mal, Charakterminderheit, ähm, irgendwo einsetzt, wo es einfach unnötig ist, als Beispiel, da können mich jetzt auch sehr viele Leute für haten, ist es meine Meinung, und ich stehe dazu, äh, sowohl, Kork, aus Thor, Darth and Thunder, als auch Valkyre, der Fakt, dass sie, bi oder lesbisch ist, und der Fakt, dass er, seine Spezies quasi darauf baut, schwul zu sein, ist für mich unnötig, und das ist nur in diesem Film, um halt, diese Zielgruppe abzuholen, beziehungsweise zu sagen, guck mal hier, wir sehen euch, wir achten auf euch, was ja kein schlechter Ansatz ist, oh mein Gott, das ist ja auch richtig, es soll jeder gleich behandelt werden, ne, whatever floats your boat, jeder, so wie er gerne will, so es ist, ne, ich hab nichts gegen irgendwas, aber wenn es nur deswegen reingepackt ist, dann hat das in einem Film, finde ich, nicht zu suchen, so, im ersten Teil, hat keiner gesagt, dass die Valkyre lesbisch ist, da war es jedem egal, es war egal, worauf sie steht, genau wie Kork, ich, mich juckt nicht, was die, wie dem seine Spezies sich fortpflanzt, dass es nur Männer gibt, interessiert mich in dem Film halt nicht, wenn das jetzt ein Thema wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt, in seinem ersten Auftritt, gibt es schon hier den Ansatz, weil, äh, keine Ahnung, Trennung, was weiß ich, und dann sagt man, ja, ich hab mich von meiner Freundin getrennt, sagt Valkyre, dann ist es okay, dann kann man das Thema irgendwo mal anschneiden, aber dieses, das Ding halt nur in den Film zu packen, damit es da ist, finde ich immer sehr, sehr schwierig, und das macht halt auch die Authentizität, dieses Films irgendwo kaputt, was, äh, sowohl, wie gesagt, in der Film- als auch in der Serienwelt, halt einfach momentan, überhand nimmt, und hier und da wirklich einfach zu viel ist, und, ähm, wie gesagt, es ist vollkommen okay, auf was ihr steht, das ist, ne, gar kein Ding, aber, äh, es muss mir nicht, sag ich mal, unter die Nase gehalten werden, dass sowas auch im Film und Fernsehen vorkommt, weil es ist für mich, klar, es ist jetzt die Sache, für mich als Person ist es halt normal, ich weiß, okay, das wird's auch in diesem MCU, in dem Universum von Marvel, wird es das geben, ist mir bewusst, äh, klar, es ist nicht jedem bewusst, aber, ich denke mir so, was am Ende des Tages, boah, keine Ahnung, wenn man das macht, man schreckt halt die Leute eher ab, oder macht sie halt eher sauer, gleiches Thema mit zum Beispiel militanten Veganerin, das ist ja genau das Gleiche, so, die, äh, bringt die Leute eher dazu, mehr Fleisch zu essen, äh, und, ne, so, Deutschaufsatz, Thema fehlt, setzen, sechs, und das ist ein ähnliches Thema mit diesem Wokeness, in Filmen und Serien, oder auch Spielen, um Gottes Willen, spielen, äh, nur jetzt als Beispiel, The Last of Us 2, wurde ja so, zerstampft, von der einen Seite, die gesagt haben, ja, warum muss die jetzt lesbisch sein, und es wurde ja auch gesagt, wegen Abby, ob es eine, ähm, Transfrau ist, oh Gott, ich weiß nicht, ist das, ihr wisst, was ich, es ist, ich will jetzt hier nichts weiter sagen, deswegen, ähm, was ja nicht der Fall ist, sie war einfach nur Bodybuilderin, ähm, diese Themen wurden ja da reingebracht, und, viele haben es ja deswegen gar nicht gespielt, haben gesagt, nee, ich will das nicht, und am Ende des Tages, wenn ich jetzt als ich, Ellie, in dem Spiel spiele, und vor allem, wenn man weiß, dass im ersten Teil Homosexualität schon Thema war, und auch in diesem DLC, es ja wirklich darum ging, dass sie auf Frauen steht, dann ist mir das egal, dann spiele ich auch eine Frau, die auf Frauen steht, ich spiele auch einen Mann, der auf Männer steht, das ist mir egal, weil, das ist halt dann der Charakter, so, der ist so, aber wenn ich jetzt, eine Serie gucke, drei, vier, fünf Folgen, äh, Staffeln, und auf einmal ist der und der Charakter, ist auf einmal ganz wichtig, dass der schwul oder lesbisch ist, oder, alles andere, das ist halt, dieses Gezwungene, Gedrungene, das ist halt immer kritisch, und damit schreckt man die Leute ab, so mir, wie gesagt, mir war, mir ist halt sowas von egal, ob Ellie lesbisch ist, so, mich interessiert halt eher der Charakter, den sie halt in The Last of Us 2, ein bisschen kaputt gemacht haben, ähm, aber ja, so, wenn sie jetzt nicht lesbisch wäre, wäre es mir halt auch egal, das ist so das Ding, ja, da hat man, das ist halt so ein dünnes Eis-Thema, und ich hatte es oftmals in Videos, wollte ich das mal ansprechen, war mir aber nie so sicher, wie ich es vernünftig einbringen, jetzt habe ich dir einfach mal, so eingebracht, ähm, wie gesagt, also, ich bin pro alles, wirklich, also, ich würde niemals jemandem sagen, das ist nicht normal, äh, wen du liebst, eine Liebe ist Liebe, vor allem das, ähm, aber ich möchte es halt nicht unnötig aufgezwungen bekommen, oder was ist nicht mal aufgezwungen, ich möchte es nicht unnötig in meine Nase gehalten, äh, gesteckt bekommen, einfach aus dem Grund, weil, so, das macht es halt für mich so dumm, oder für mich so, äh, schwierig, das ganze Thema, weiß ich nicht, ja, und das andere Thema ist ja auch, dass viele Charaktere ja extra dann umgeschrieben werden, um dementsprechend, ähm, halt eine Zielgruppe, oder eine Minderheit, sage ich es mal, anzusprechen, dass man sagt, okay, man setzt jetzt diesen Charakter, explizit diesen Charakter, der jetzt folgen, oder filmelang, nicht, über den es keinen Hintergrund geschickt hat, auf einmal sagt man, okay, jetzt ist der umgeschrieben, jetzt ist der schwul, oder halt lesbisch, sie halt, ja, wenn das extra deswegen gemacht wird, finde ich es halt kacke, so, dann kann man, entweder man schreibt den Charakter von vorne hinein, man sagt, okay, es ist von Anfang an, ein schwuler Mann, oder halt nicht, klar, das kann sich im Leben auch ändern, ist logisch, aber ich finde es halt in der Serie und im Film, ist es dann immer dieses Gezwungene, ich scrolle hier, by the way, gerade mal durch meine Abo, Box auf Couchtime, vielleicht finde ich hier auch gerade irgendwelche Themen, ich habe hier gerade irgendwas gesehen, was ich auch kurz mal ansprechen wollte, als Beispiel, es haben sich ja sehr, sehr viele Leute bei dem neuen Hellraiser Film aufgeregt, dass es ja eine Frau ist, ich habe Hellraiser nie gesehen, ich muss ihn mir heute auch nicht unbedingt angucken, der soll ganz okay sein, aber halt jetzt, nichts Besonderes, aber Funfact für die Leute, die sich aufregen, das Hellraiser, also das Pinhead, in dem Film eine Frau ist, im Originalbuch dazu, wird Pinhead genau so beschrieben, wird beschrieben als, ich müsste sich jetzt gerade raussuchen, wie genau das beschrieben wird, aber mehr oder weniger als, weibliches, feminines Wesen, finde ich deswegen, also finde ich super, dass das dann so gemacht wird, und zum Thema mit Ariel einzugehen, kommen mir dann viele Leute mit dem Beispiel, ja, hier, Cleopatra, die eigentlich eine, ich weiß gerade nicht, was die genau von Herkunft war, auf jeden Fall, halt ein bisschen dunklere Hautfarbe hatte, wurde von einer Weißen gespielt, der und der, der auch dunkelhäutig ist, wurde auch von einem Weißen im Film gespielt, und man muss jetzt zu dem Punkt sagen, zum einen sind diese Filme halt alle, um die es da in diesen Beispielen geht, sehr, 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 sehr alt, sehr, sehr alt, dementsprechend würde, wenn das jetzt neu verfilmt werden würde, die Charaktere optisch auch besser gecastet, das ist schon mal Punkt eins, und Punkt zwei ist die Tatsache, dass ich muss diese Akku-Rarität nicht haben, so, wenn jetzt, boah, was weiß ich, sehe ich sie gerade als Beispiel, Blade, neuer Blade rauskommen würde, mit einem Weißen, das würde mich halt nicht jucken, wenn der Film gut ist, dann ist der Film gut, und da soll dann keiner hinkommen, nein, aber Blade muss ein Schwarzer sein, nur weil es in den Comics so ist, ja, wenn der Film gut ist, dann ist der Film halt gut, legt mich am Arsch, also, oder die Serie, oder halt das Spiel, was auch immer, könnte ich jetzt aussuchen, ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu, ich muss da also, muss sagen, mir ist es halt relativ egal, was welcher Charakter ist, weil, wie gesagt, wenn es sehr, sehr gezwungen und getrunken wirkt, schon ist es so, oder halt, wenn irgendein Charakter nur drin ist, damit dieser Charakter halt drin ist, ist halt eine Kritik, äh, Kritik, mh, kritisches Thema, wo man sich auch stundenlang drüber unterhalten kann, und, äh, ich verstehe auch viele Leute, die sagen, zum Beispiel, dieses Thema gar nicht ansprechen, ich werde das Thema jetzt auf diesem Kanal auch so niedrig halten, wie es geht, ich möchte das jetzt nicht, so dass das hier eine Riesendebatte, in einer Riesendebatte endet, meine Fresse, mein Deutsch gerade wieder, perfekt, ähm, und, ja, also, ich bin pro Mensch, also, egal, auf wen oder was ihr steht, egal, welche Hautfarbe Herkunft ihr habt, solange ihr, ein Mensch seid, der mir nicht ans Bein pinkelt, so nach dem Motto, ist alles okay, so, pisst du mir ans Bein, pisst ich zurück, so nach dem Motto, hört sich vielleicht auch ein bisschen rapider an, als es so ist, aber, ja, ja, so ist das halt, ne, jetzt haben wir hier schon, jetzt habe ich hier schon fast ne, also 51, 52 Minuten gleich geschwätzt, und ich fand es gerade interessant, dieser Themenwechsel, ich weiß gar nicht, wie der kam, das ist das Geile, wenn man so labert, ich sage es auf jeden Fall, wie es ist, ich hätte auf jeden Fall Bock, mal mit anderen Menschen, so einen Podcast zu machen, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine expliziten im Kopf, aber, ich denke mal, zu verschiedenen Themen, wird es ja auch einfach verschiedene Möglichkeiten geben, da mal einen Podcast zu machen, das ist ja mal so, das Internet, und vor allem YouTube ist ja, oh, Entschuldigung, YouTube ist ja in der Hinsicht groß, und es gibt ja auch viele Leute, die, ähm, gerne so Kooperation auch machen, auch in dieser Szene hier, so Film, Fernsehen, was labe ich in meinem Fernsehen, Film-Serien-Szene, als Beispiel, ähm, für die, die es ihn nicht kennen, ähm, Director Dennis, ich muss gerade mal kurz das Video raussuchen, ist ein YouTuber, der, ähm, auch ähnlich in diese Richtung macht, halt Film-Reviews, Serien-Reviews, äh, eher in die Richtung Marvel und Star Wars, äh, Hauptaugenmerk, äh, ups, aber auch in andere Richtungen, und da, auch ein bisschen Lego, tatsächlich, finde ich übrigens übel cool, Lego war früher auch Star Wars, äh, Lego an sich war früher auch sehr, sehr hoch bei mir, äh, und der hatte jetzt vor kurzem, war ja, ne, der 4. Mai, also May the 4th, äh, war ja internationaler Star Wars Tag, und da hat er mich auch gefragt, äh, er wird da gerne ein Special machen, mit so verschiedenen YouTubern, die dann einfach sich ein Marvel, äh, ein Star Wars Projekt aussuchen, ob Film, Serie, Spiel, was auch immer, äh, und da ein bisschen was, also so eine Minute drüber labern wollen, dass wir so vorstellen, sagen, warum es gut ist, da hat er mich gefragt, da habe ich mitgemacht, und da haben auch sehr viele andere YouTuber mitgemacht, und das habe ich mir angeguckt, und das war sowas, das hat mir richtig gut gefallen, halt diese Kooperation mit auch kleineren Leuten, äh, Gottes Willen natürlich, wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ne, was sehe ich hier denn gerade so, eh, eh, hier, Filmstars, äh, Starts, mein Fresse, ich verspreche das immer falsch aus, oder Moviepilot auf mich zukommen würde, und sagen würde, hier, Couchtime, Digga, äh, Bro, hast du Bock mal Podcast zu machen, oder so, oder mal ein Video mit uns, also keine Frage, würde ich sofort machen, ne, auch alle anderen, äh, könnt ihr, das ist so eine Sache, ich bin mir gerade nicht sicher, ihr könnt ja, überhaupt in meine Abo-Box gucken, glaube ich, also ihr könnt ja, was heißt meine Abo-Box, ihr seht ja, wen ich abonniert habe, ne, äh, ich muss sagen, das ist immer ein sehr breites Spektrum, ich habe hier momentan nämlich sehr, sehr viel Marvel und, äh, Star Wars, aber durch halt so Kanäle wie, ähm, Screenfire Germany, äh, Unicorn, habe ich auch schon öfters Video mit dem Resident Evil, äh, Fanfilm, ähm, was weiß ich gerade noch als Beispiel, äh, äh, Horrorzeit, auch, äh, in der Hinsicht, genau das, was ich meine, und Dead Meat, es sind ja sehr, sehr viel in die, ähm, Richtung Horror, und, äh, dadurch bin ich momentan auch wieder so auf einem richtigen Horror-Trip, weswegen ich auch zum Beispiel sehr, 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 sehr Bock auf den Five Nights at Freddy's Film habe, weil ich durch, vor allem, muss ich hier ein kleines Shoutout, mehr oder weniger, an, äh, Horrorzeit, ähm, raushauen, äh, durch sie bin ich übel hart wieder im Horror-Film-Trip, und auch mich, habe mich wesentlich mehr mit manchen Filmen auseinandergesetzt, ich habe jetzt die gerade nur mal gesehen, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, äh, die Filme über, äh, ein Video über Final Destination gemacht, und da muss ich sagen, Final Destination auch so geile Filmreihe, auch zu viel ausgeschlachtet, meiner Meinung nach, da wären wir wieder beim Thema vom Anfang an, so schließt sich der Kreis, aber Final Destination hat, halt tatsächlich, einen roten Faden, der sich durchzieht, und der rote Faden ist zum Beispiel mit Fast and Furious, schon lange gerissen, ja, das ist so, ein Problem dabei, ähm, ja, deswegen Horror, Horror wird auf jeden Fall auf diesem Kanal auch immer mal wieder vorkommen, wie gesagt, ob es jetzt Five Nights at Freddy's ist, ob es irgendwann wieder Scream ist, äh, aber man muss auch dazu sagen, wirklich effektiv gute Horrorfilme, die mir auch Spaß machen zu gucken, gibt es momentan auch so gar nicht, weil wenn ich jetzt überlege, ich gucke, gerade, was jetzt so für Horrorfilme die letzte Zeit rauskamen, das wäre ja zum einen, den muss ich mir auf jeden Fall noch angucken, den habe ich nämlich noch nicht, und zwar einmal Evil Dead, der soll ja super, super gut sein, und, wo ist er gerade, wo ist er gerade, äh, äh, scheiße, ich habe den doch gerade eben noch hier gesehen, ähm, The Pope's Exorzist, der soll ja auch super, super gut sein, äh, obwohl ich sagen muss, ich habe auch einen sehr, sehr speziellen Geschmack irgendwie bei Horror, also, so Exorzistfilme, finde ich irgendwie, sind gar nicht meins, Evil Dead, also so, so, ähm, besessenen Filme, geht so halbwegs, ich bin halt eher wirklich so der Scream, Halloween, Five Nights at Freddy's, in der Richtung, Five Nights at Freddy's, was laber ich, äh, Nightmare on Wallen Street, ja, so ein Freddy dabei, aber auch Five Nights at Freddy's, lol, das war gerade ein Brain, Aussetzer, das sind so eher die Horrorfilme, die ich so mag, auch wie gesagt, wenn Scream 6 ein bisschen, naja, naja, ein bisschen enttäuschend war, vielleicht bekommen wir es mit Scream 7 raus, ja, aber ansonsten, wie gesagt, sind ja momentan auch Horrorfilme, immer so ein bisschen schwierig, ist halt, ich suche immer noch nach so einem Horrorfilm, der mal anders ist, ne, versteht er vielleicht, was ich meine, der einfach mal anders ist, ja, vielleicht könnte ich da mal was vorschlagen, ähm, ja, ich muss sagen, was passiert denn hier jetzt, ich habe auf irgendwas geklickt, das wollte ich nicht machen, ihr solltet aber nichts hören, ich habe hier gerade, okay, oh Gott, gefettfingert, ähm, ja, mehr oder weniger glaube ich, bin ich aber jetzt auch am Ende, ich bin komplett am Ende, mental, geistig, ich bin auch ein bisschen müde, ist ja wie gesagt schon ein bisschen später, äh, und das Video ist ja auch schon jetzt gut lang, wie gesagt, die Frage ist, ob überhaupt Leute noch bis zum Ende drangeblieben sind, wenn, einfach mal just for fun, um es für mich herauszufinden, wenn jetzt noch jemand hier sein sollte, und bis zu diesem Zeitpunkt das Video mitge-, mitverfolgt hat, schreibt, schreibt doch gerne mal, äh, in die Kommentare, einfach nur, äh, Halbmond, weil ich sehe gerade, wir haben einen Halbmond, wenn ihr das Video bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben sollt, und jetzt noch dran seid, schreibt gerne mal Halbmond in die Kommentare, Kuss geht auf jeden Fall an die Leute raus, ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ja, aber wie gesagt, das, äh, war jetzt mal so ein Projekt, was ich jetzt hier mal so an den Start bringen will, so ist, wie gesagt, kann sein, dass das absolut selten kommt, kann sein, dass das vielleicht jetzt wirklich ein halbes Jahr, ich setze mich nochmal aufrecht hin, ein halbes Jahr gar nicht kommt, kann aber auch sein, dass es jetzt irgendwie vielleicht öfter kommt, das entscheide ich relativ spontan, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das so bei euch ankommt, ob es überhaupt da so euer Ding ist, oder ob ihr eher so sagt, nee, muss nicht sein, ähm, ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu, aber wie gesagt, ich werde am Ende des Tages eh, so fieses Klingt das machen, worauf ich halt Bock hab, äh, und ja, das ist halt so, ne, ist halt so, ja, aber trotzdem konnte ich mir ein bisschen was von der Seele quatschen, ich schreibe jetzt auf jeden Fall noch, bis ich die Stunde voll gemacht hab, ist mir scheißegal, ach, wenn ich den Anfang wegschneide, ist eh noch ein bisschen weniger als die Stunde, also egal, äh, ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ähm, falls ihr noch am Video sein solltet, wie gesagt, danke dafür auf jeden Fall, äh, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid und zufällig, also wirklich, wenn ihr jetzt neu seid, und dieses Video hier seht, und jetzt immer noch da seid, und den Kanal nicht abonniert habt, frage ich euch erstmal, wie zum Teufel seid ihr drauf gestoßen, warum seid ihr noch dran, und, äh, ja, das wären so zwei Sachen, die mich wundern würden, aber wenn ihr sowieso schon einen Kommentar schreibt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen, nein, Spaß, guckt auf jeden Fall mal den Kanal, vielleicht ist es, ne, wenn ihr Film-, Serien-Fan seid, ist hier vielleicht was für euch dabei, ich will jetzt auch nicht diese klassische Abmod, wie ich die sonst in den Videos hab, immer machen, das ist immer ein bisschen, wenigstens eintönig, sag ich mal, so in den Videos soll das auch so sein, aber für hier, ja, kann man etwas gechillter machen, ja, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, falls jetzt noch jemand dran ist, wie gesagt, dicke fette Kuss, die Leute können gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas hier jetzt fandet, ob ihr das ganz okay findet, ob ihr es feiert, wie gesagt, das wird jetzt nicht Hauptbestandteil des Kanals, um Gottes Willen, das soll definitiv nicht der Fall sein, aber mal so hin und wieder, kann das vielleicht vorkommen, wie gesagt, machen werde ich es egal, aber mich würde es halt trotzdem interessieren, ob es euch gefällt, oder wie es euch gefällt, und ja, das war es mehr oder weniger, war halt anders, war immer anders, war jetzt für mich auch interessant, einfach wirklich mal eine Stunde am Stück komplett durchzulabern, ohne Punkt und Komma, mache ich echt selten, obwohl ich auch ab und zu mal gestreamt habe, aber wenn man da aus der Übung raus ist, kriegt man auch schnell mal einen trockenen Hals, ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn euch sowas hier gefällt, ja, wie verabschiede ich mich jetzt, keine Ahnung, schreibt doch gerne mal Kommentare hier, das, macht das mal, wenn ihr jetzt noch da seid, schreibt mal Vorschläge in die Kommentare, wen ich mal fragen sollte, ob man mal einen Podcast zusammen aufnehmen könnte, egal wen, natürlich am besten in dieser Richtung, Film, Serien, Movie, Szene, ich frage dann einfach mal, scheißegal, egal wie groß, vielleicht deutschsprachig auf jeden Fall, Englisch bin ich zwar okay, aber nicht so gut, also, schreibt doch mal jemand vor, mit wem ihr es feiern würde, dass ich mal einen Podcast aufnehme, wäre übel lustig, schreibe ich irgendwie, wie gesagt, so einen riesigen YouTuber an, hey, können wir mal einen Podcast aufnehmen, ja klar, ich sitze hier so und denke mir so, what, das wäre lustig, naja, mal gucken, ob es passiert, eventuell, eventuell nicht, man sieht es, so, aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch auf jeden Fall, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video sehen sollt, kurz mal die Unmod von Inscope geklaut, an der Stelle, ich werde mich jetzt auf jeden Fall ins Bett begeben, das Video ist ja nicht zu schneiden und das kommt nur so ein komisches Bildchen mit hier, das ist Thema des Podcast Folge 1 und Couchcast oder so, wie ich es nennen werde wahrscheinlich, damit halt ein bisschen was im Hintergrund ist, für YouTube und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt hin, ich hoffe, ihr verzeiht mir oder ihr versteht die Gründe, warum dieses Wochenende, wie gesagt, kein Videos gekommen sind oder nur ein Video jetzt gekommen ist und vielleicht nächstes Wochenende ähnlich wenig kommen könnte, wenn ihr das versteht, Kuss, wenn nicht, ja, dann versteht ihr es halt nicht, so, ich kann es halt trotzdem, ja, ja, ne, Entschuldigung, ihr kennt, ihr lebt jetzt hier Seiten von mir, die ich sonst nie so zeige oder habe ich schon mal in einem Video gerülpst, keine Ahnung, naja, nichtsdestotrotz, mache ich jetzt hier Schluss, wie gesagt, danke fürs Zusehen, falls ihr noch da wart oder fürs Zuhören in dem Fall eher, Kuss geht raus an euch alle und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video, was dann wieder ein normales Video ist oder wir hören uns wieder in noch einem Podcast wieder, das sehen wir aber dann, ich bin aber trotzdem, egal wie, bis zum nächsten Video, auf jeden Fall erstmal raus, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,